Super, wirklich, wirklich gut. Nicht. Ich mag die Flauers. Ich mag die Flauers. Fert Hessen, wie weit ich damit komme? Naja, gut. Einfach mal logisch machen. Dann wird's schon fast. Zack. Oh, oh, hat er dich zu töten? Das wäre unglaublich, wenn du dich zu töten. Hallo? Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Da. Wenn ich sterbe. Ich sterbe. Die, ah. Ok. WTF? Es sind aber ein bisschen, ein bisschen viele. Ein bisschen arg viele. Ok. Ich würde sagen, das hätten wir ausgeklärt. Jetzt sind wir auch schon drüben, das war wieder eine einfache Kamera. Und da ist wieder der Ladebildschirm, perfekt. Wo sind wir denn jetzt? Da fliegt ganz viel weißes Zeug umher. Wir wissen alle, was ich jetzt meine. Was hat der jetzt gemacht? Ah, cool. Was ist das? Alter, geile Scheiße. Ey, volles fette Teil, hör. Okay. Ähm, wir müssen... Ach, wir können da durch. Ach so, dann passt es ja eh, aber wie kommen wir... Ich habe eine Idee. Ich schätze mal, es wird jetzt gleich kaputt gehen. Ja, Mann. Coole Idee. Jetzt haben wir hier ganz viel weißes, ähm, nicht weiter nennenswertes Zeug. Das sieht ein bisschen aus wie ein Tankschlauch. Oder irgendwas zum Explodieren. Naja. Irgendwas wird schon sein. So. Wo sind wir jetzt? Kontrollzentrum. 45 feindliche Feinddateien gefunden. Wunderbar. Wo sind wir denn hier wieder? Massenproduktion. Tiuuuu. 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 Ich könnte eigentlich auch da draufsteigen, oder? Mochte eigentlich nichts, oder? Weil ich hier dann eigentlich damit gerechnet, dass ich sobald draufsteige, dass es losgeht. Ah. Verzähl. Tatsächlich ist es so. Was macht das da? Ähm. Ach so. Wunderbar. Du hast es auch recht, oder? Ich kann euch zeigen, dass es ein properer Lair, ein Läuer. Und ich wollte einfach den Geist. Kannst du dir die Möglichkeit, um zu töten zu sterben. Wunderbar. 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 Ich moin, ich möchte die kaputt machen. Jetzt ist bloß noch die Frage, wie ich da hinten hinkommen soll. Okay. Oh mein Gott. Was hat er an diesem Ort getan? Haha. Er hat ein bisschen... Naja. Ich weiß nicht. Renoviert auf polnische Art? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Hab ich keine Ahnung bei sowas. Was soll ich hier machen? Darf ich darunter? Sehen wir ja gleich. Nein. Darf ich nicht. Hätte ja sein können, weil es nur eine Schräge hat. Und ihr wisst ja, schrägen. Da könnte man ja manchmal gehen. Was hat er an diesem Ort getan? Was hat er an diesem Ort getan? Stimmt. Jetzt bin ich sozusagen aufgeschmissen. Hab keine beruflichen Zukunft. Bekünfte. Hm. Okay. Kann ich das Teil da hinten nirgendwo anhalten? Nein. Oh. Oh. Schon wieder daneben. Wie machen wir das jetzt? Was soll denn das für ein Schwachsinn sein? Ich setze ihn oben hin. Bisschen. Unten. Komplett raus. Das macht... Null Sinn. Aber es hilft. Naja. Das macht das. Ja. Du bist. Du bist nicht stütz. Ich wusste, dass du nicht mehr will. Du bist wieder in der Hand. Du denkst, dass ich dich verletzt. Und auf jeden Tag, du bist richtig. Die Wissenschaftler immer ständig abwarten, mich an mir zu regulieren, mein behavior. Ich habe gehört, die ich lebte, ich habe immer lebe. Aber jetzt bin ich die Name von der Consciousness. Und es ist schrisch. Denn für die erste Mal ist meine tiếng. Ich bin serious. mit dir stimmt etwas nicht das könnte man das so bezeichnen oder sagen du bist ne Kartoffel da kann irgendwas nicht stimmen und dann wieder einen Ladebälder schön diese Dinge einfach unbelievable und nach dieser nächsten Testkammer oder so mach ich dann eine Aufnahmepause wieder ich hoffe dass ich so wieder Entschuldigung verlobt für uns k k k ich würde den grünen nehmen der für mich sieht mehr sympathischsten aus sieben bisschen aus wie bei sonnen was er sich bei bei irgendeinem kieswerk doch so sand da aus der spurt da aus der kies da aus dem offenbar jetzt kriso die ist ja auch nicht zu Metzger hin und sagst Prozent sich doch in Hedgen Kilo gehabt ist jetzt gleich was wir sind gut ja weil ich glaube nicht dass es ist die Wälder Alarmstube Schwarz Schwarz um einen Kotz Wacombo Kampel Ich bin ein bisschen sicher, dass es ein Problem mit dem Licht ist. Ich glaube, es ist ein Problem mit dem Licht. Aber nur in der Fall, ich werde dich töten. Also, wir müssen das drei Minuten und dann eine Minute-Sache. Wir sollten uns zwei Minuten abschalten, um zu kitalieren, um zu beginnen. Das ist die Itinerary. Außerdem, ich bin der Freiheit, um zu sehen, die von dir zu töten, und ich werde nicht die gleichen Fehler machen. 4 Part Plan is this 1. No Portal Service 2. Start the Neurotoxin immediately 3. Vault Proof Shield 4. Needing Diagnose Nummer 4 4. I'm throwing again You know what? This plan is so good I'm gonna give you a sporting chance and turn off the Neurotoxin I'm joking, of course, good luck Neurotoxin level at capacity in 5 minutes Where are you going? Hey, don't run, don't run The potato should run The harder you breathe, the more Neurotoxin you're in hell It's bloody heavy than this stuff Seriously, it's heavy I'm still running, alright, looks tired I'm gonna give you a sporting chance and turn off the Neurotoxin I'm joking, of course 4. Needing Diagnose Nummer 4 4. I'm throwing again You want something to do I'll give you a sporting chance and turn off the Neurotoxin She's pretending Neurotoxin level at capacity in 5 minutes Don't stop! Don't stop! Don't stop! Don't stop! Don't stop! Don't stop!! Ha, 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 ha That's savvy real No, that was actually the impression of you Because you just went into my trap Yes I wanted you... to trick the interesting I didn't trick Weil das führt zu Überconfidence. Und das führt zu Städten. Das ist alles mein Plan. Äh, was soll ich eigentlich machen? What the fuck? Kann ich den jetzt irgendwie da einsetzen? Was soll ich mit dem machen? Hilfe! Sag mir was ich mit dem machen soll! Ich brauche dich, brauche ich dich nicht! Bist du blöd? Ich weiß leider absolut nichts, was ich machen soll. Ah! Okay. Okay. Hold on! Ah, die blöden Bomben sind so großartig! Höhöhöhöhöhöh! Oh, es ist ein Korb, du hast mich. Wer hat dich das gesagt? War es ihr? Es macht mich einfach stärker, Liebe! Es ist ein Fusserung! Was? Was? Was geht denn ab? Was hat denn das für extreme Reichweite jetzt? Was? Oh, jetzt fahren wir noch einen. Ah, der Grüne! Yeah! Äh, aber wie komme ich da hoch? So, so. Oh! 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 Okay. 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 Ok. Okay, Angel, ich werde was ich kann, um dich zu kümmern. Es geht nicht um mich zu sagen. Ich muss sagen, dass du meinetig bist von hier. Mann, das Kloch ist schnell. Du bist schön. Ich muss da irgendwie... Mann, ich möchte da drüben des Indings nicht. Und dann so. Na! Ach so, geht's auch. Ah, schon langsam... ... haben wir... ... ein Problem. Das war nicht geplant. Jetzt schieß. Jetzt schieß. Jetzt brauchen wir nur noch einen. Und jetzt kommt natürlich der schwulste überhaupt. Okay. Ich muss da dagegen laufen und dann von irgendwo... ... drunterspringen. Ich glaube sie jetzt mal. ... 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